Wir müssen Wurmdorns Aufmerksamkeit erregen. Wir brauchen etwas, das ihn aus seiner Trance holt. Etwas, das garantiert funktioniert. Die wenigen Wildtierarten, die es geschafft haben, sich im besudelten Wald anzusiedeln, sind zweifellos von den latenten Energien des Landes in Mitleidenschaft gezogen worden. Eure Aufgabe ist es, ihre Kadaver verteilte einzusammeln und eine Möglichkeit zu finden, sie in ein Gefäß umzuwandeln. Egal, ob Wurmdorns transdroidischer oder dämonischer Natur ist, ein Gefäß mit besudelten Tierfleisch, das groß genug ist, sollte in der Lage sein, dieses zu durchbrechen. Viel Glück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? Was ist das?